Alles ist, alles ist relativ normal Alles ist, alles ist und schmerzbar Welch Jäger denn Einstein hatte Nur ne 4 in Mathe Und war später mal total genial Regeln die Karte, Formeln und Daten, Fakten, Fakten Alles bist nicht raten wie ein Riesenspeiter, den man füllen muss Doch was muss, das muss und irgendwann ist Jammer Schluss Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir zuhause In meinem Bett durchs Internet Alles ist, alles ist relativ normal Alles ist, alles ist und schmerzbar Leute, keine Panik, ich check die Lage wieder kämpfen Denn die Tanik, alles wird gut Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kicks von morgen Raus! Das gibt Rache Scheiße, mach den Computer aus Nein, zu spät Es ist wahrscheinlich so, dass du mir mit deiner letzten E-Mail diesen Goliath rüber geschickt hast Das letzte Mal, das die geschrieben habe, ist drei Tage her Das hat mit der ganzen Sache nichts zu tun Das gibt's doch nicht Erst stand da E-Mails verschickt, die ich überhaupt nie verschickt habe Und jetzt spielt der Computer völlig verrückt Stand da auch, in 10 Sekunden schaltet Goliath ihren Computer aus für immer? Ach ne, hatten sie auch schon das Vergnügen? Aber irgendwie musst du den wieder wegkriegen Sonst wanderst du in den Knast Wenn, dann wandern wir Du hast den Wurm gebaut Ich hab damit nichts zu tun Das ist ja wohl, du schaffst, wovon ich seit langem gehört habe Warte doch mal Okay, ich hab den Wurm geschrieben, aber du hast ihn abgeschickt Ja, aber außer dir weiß keiner davon Du bist echt der mieseste Feigling, den ich je kennengelernt habe Stopp, reg dich ab Es war nur ein Test Wie bitte? Ich wollte nur wissen, ob du mich verraten würdest, wenn uns jemand verdächtigt Ach ja, was ist mit dir? Wie, mit mir Hi Jungs, wie weit bist du denn mit deinem Anti-Wurm? Ich arbeite dran Das ist alles, was ich David sagen soll Ja, okay, sag ihm, wenn ich irgendwas brauchbares gefunden hab, dann melde ich mich bei ihm Ja, und wann soll das sein? Also, wenn du noch weiter fragst, wird er nie mehr fertig Soll das heißen, in den nächsten 48 Stunden es nicht mit einer Lösung zu rechnen? Du sagst es Na toll, dann ist ein Referat ja gelaufen Mann, ist die sauer Na ja, aber mehr als dran arbeiten kann ich auch nicht, oder? Ach ja, was ist jetzt eigentlich mit dir? Wie, mit mir? Ach, von mir erfährt niemand was Wir sollten jetzt übrigens aufhören, bevor Nadja hier aufkreuzt Okay, muss ja nicht jeder wissen, dass wir hier dran waren Aber morgen früh mach ich weiter Wetten, dass sie sich gleich neben ihn setzt Glaub ich nicht Ich aber umso mehr Guten Morgen Morgen Willst du dich nicht setzen? Tut mir leid, ich bin schon mit Charlie und Jaina verabredet Na ja, wie du meinst Und wer hat die Wette gewonnen? Das hätte ich jetzt nicht gedacht Oh, bei mir piekt's Franziska kommt heute nicht, sie ist krank Aber ihr geht's gut Wie bitte? Ja, wir haben gestern telefoniert, sie hat sich irgendwie eine kleine Grippe eingefangen Aber Joe ist abgehakt Habt ihr eigentlich auch über Valentin gesprochen? Warum sollten wir? Na so wie ihr gestern getanzt habt, da läuft auch was zwischen euch Hör doch mal auf mit dem Quatsch Darf ich? Bitte Ähm, warte mal, sehen wir uns nachher am Probenraum? Ich würde dir gern mein neues Lied vorspielen Erstens hab ich keine Ahnung von Musik und zweitens ist er schon besetzt Und von wem? Von mir Von wegen, da läuft nichts Felix? Hey Felix Was? Sag mal, seit wann sitzen du schon hier? Äh Hast du die ganze Nacht im Labor verbracht? Nein, nein Du weißt ganz genau, dass dieser Computer fürs Internet nicht benutzt werden soll Ja, aber ich war gar nicht im Internet Und was hast du dann hier gemacht? Neues Computerspiel gespielt Ach, und dazu bist du extra eher aufgestanden Naja, ich wollte halt ungestört sein Was ist denn das für ein Spiel? Das neue Sums Und das ist so spannend, dass du dabei eingeschlafen bist Sag mal, kann es sein, dass du computersüchtig bist? Das ist wohl das Spiel, ja? Ja, tut mir leid Ne, mein Lieber, so geht das nicht Der Computer ist für dich tabu Sonst gibt's richtig Ärger Und damit du nicht irgendwie wieder in Versuchung kommst Sonst werde ich die Kabel mitnehmen Muss das sein? Ja, das muss sein So, und du gehst jetzt unter die kalte Dusche Damit du nachher im Unterricht nicht einschläfst Bitteschön, Frau Klavitta Guten Morgen, liebe Kollegen Darf ich kurz stören? Aber ja doch Was gibt's denn? Unser Schulrat hat da, wie ich finde Ein ganz interessantes Dankeschön Angebot für uns Und zwar möchte das Land Brandenburg für alle Gymnasien hier in der Region eine Werbebroschüre herausgeben Und was haben wir damit zu tun? Nun, Dr. Edel hat von unserem Trickbox-Projekt erfahren und lässt anfragen, ob Sie mit Ihrer Arbeitsgemeinschaft vielleicht das Titelfoto für dieses Heft entwickeln könnten Aha, ja und was soll darauf? Nichts weiter als der ideale Lehrer Oder die ideale Lehrerin? Hören Sie doch mal mit diesen Albernheiten auf Sagen Sie, habe ich das richtig verstanden? Jemand von uns soll auf dieses Titelbild? Wollen Sie sich bewerben? Nicht unbedingt, aber das wäre doch eine gute Gelegenheit zu erfahren, wie sich unsere Schüler ihren Traumlehrer vorstellen Aber das wissen wir doch schon Er ist nett Fair Gerecht Klug Tolerant Immer gut gelaunt Dabei gut aussehen Modern Kurzum Ein Phantom Wie dem auch sei Ich würde mich freuen, wenn Sie sich mit Ihrer Arbeitsgemeinschaft daran versuchen würden, Frau Clavitta Ich bin einverstanden Unter der Bedingung, dass jeder von Ihnen mitspielt Ja, also wenn die Schüler das mögen Ich bin dabei Und wie sieht es bei den Herren der Schöpfung aus? Ich deute Ihren Nicken jetzt mal als Einverständnis Hilfe, wir müssen Augenblick noch Ich musste leider die Kabel vom letzten noch funktionierenden Computer im Labor entfernen Warum das denn? Ja, weil der Schüler Felix Kindermann offensichtlich computersüchtig ist und ich verhindern will, dass der letzte funktionierende Computer auch noch abstürzt Ach ne, ich glaube das wird nichts mehr Ich habe keine Lust, mir eine Sächsengeschichte einzufangen Frag doch deinen Vater einfach, ob er dir eine Entschuldigung schreibt Willst du wissen, was er gesagt hat, als ich ihn gefragt habe? Ähm, lieber nicht, war ja auch nur so eine Frage Ja, hallo, wer ist da? Hi Schatz, ich bin Sue Sorry, dass ich mich gestern Abend nicht noch gemeldet habe, aber das Ladegerät von meinem Handy ist kaputt Ach, ist schon okay, was sagt Felix? Er glaubt nicht, dass er es in den nächsten zwei Tagen hinbekommt Verdammt! Ich schaff's nicht bis morgen Hab ich doch gesagt, große Klappe, aber nichts dahinter Kann dein Vater nicht in der Firma bestellen, dass du wenigstens an dein Referat rankannst? Da kommt niemand unter 150 Euro Dann meint mein Vater, er kann sich gleich eine neue Festplatte kaufen Winkwahrscheinlich, du hast die selbst kaputt gemacht Und aus dem Gedächtnis kriegst du das Referat nicht wieder hin? Das waren zwölf Seiten Schon okay Naja, dann hilft nur noch eins Und was? Du sagst in der Schule, du hättest dich irgendwo angesteckt Wie bitte? Na, du machst einen auf krank Magenschmerzen, Grippe, Zahnweh Lass dir was einfallen Oh, ich muss los Wir sehen uns später Tschüss Und? Irgendwie werde ich krank Dieser Rücken Und mein Magen erst Dieses entsetzliche Husten Lass mich mal fühlen Puh, mindestens 45 Grad Guten Morgen Ich weiß, ihr werdet untröstlich sein, aber wir werden mit dem Unterricht heute ein paar Minuten später beginnen Und was machen wir vorher? Da reden wir über ein Angebot Das euch der Schulrat machen möchte Geht es um meine Klassenreise nach New York? Äh, nicht ganz Wer von euch möchte denn gerne mal bei einem Titelbild mitmachen? Machen oder drauf sein? Machen Drauf sein sollte der ideale Lehrer So etwas gibt es doch gar nicht Zumindest nicht hier bei uns an der Schule Ausgenommen Sie natürlich, Frau Klavitta Vielen Dank Aber als Leiterin unserer AG stehe ich leider gar nicht zur Verfügung Und wen sollen wir dann sonst nehmen? Das ist ganz allein eure Sache Auf jeden Fall spielen alle anderen Lehrer mit Also los, ich brauche Freiwillige Bis wann soll das Foto denn fertig sein? Bis morgen Nachmittag Bekommen wir dafür Unterrichtsfrei? Das könnte euch so passen Nein, nein, dafür habt ihr genug Zeit in den Pausen und am Nachmittag Also ich würde es machen Gut, dann bist du die Nummer 1 Ich auch Zwei, gut Billy vielleicht? Ich kann, ich habe nachher Boxtraining Dann bin ich die Dritte Okay, also Chui, Conny und Verena Ich habe euch auch schon mal eine Kamera besorgt Viel Spaß dabei Übrigens, die Kollegen und Kolleginnen sind schon schrecklich gespannt Wer von ihnen als idealer Lehrer auf das Bild kommt Aber jetzt würde ich mir gerne mal eure Stillleben ansehen Komm, sag schon Die Servette hat Valentin dir doch nicht nur so aufs Spaß hingelegt Dann seid ihr doch nicht so neugierig Was hat er denn geschrieben? Nichts Aber da war doch mit Sicherheit eine Message drauf Wenn, dann war die ganz bestimmt nicht für dich Darf ich trotzdem mal sehen? Nur ganz kurz Na gut, damit du nicht platzt Und was soll das? Das ist eine Einladung Und wozu? Das musst du schon von alleine rausbekommen Darf ich noch mal sehen? Nein Du hattest deine Chance Aber du triffst dich mit ihm Vielleicht Ach komm, erzähl nichts Okay, aber nicht als Tessa Hä? Heute 15 Uhr Lehrerfreie Zone Und verschluck dich nicht Guten Morgen Guten Morgen Guten Morgen Was hat denn der Computer damit zu tun? Nun ja Ich habe nicht schlecht geschlafen Wie ich informiert bin Hast du die Nacht aber nicht im Bett Sondern im Labor zugebracht Hat denn das Herr Fabian erzählt? Ja ja und auch, dass er dich für computersüchtig hält Ja, aber ich habe doch nur was ausprobiert Nun ja, das ist ja jetzt vorbei Nachdem du das Computerverbot bekommen hast Und er die Kabel an sich genommen hat Aber das kann er doch nicht machen Natürlich kann er das Ja, bitte Entschuldigen Sie bitte, Kollege Wolfert, aber Ich muss daran erinnern, dass auf meinem Schreibtisch Eine Reihe von Papieren auf Ihre Unterschrift wartet Ja ja natürlich, ich werde mich nachher darum kümmern Verdammt, jetzt ist alles aus Sei doch mal leise Selbstverständlich Und viel Erfolg bei der Direktorenkonferenz Machen Sie es gut bis morgen Ich habe meine Tür offen gelassen Auf Wiedersehen, alle miteinander Tschüss, Tschüss, Tschüss Ja, wo waren wir stehen geblieben? Bei meinem Computerverbot Richtig, bei deinem Computer... Sag mal, das scheint dich aber nicht sehr zu beeindrucken Doch, doch, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich darüber aufrege So, und damit kommen wir zu den Ergebnissen unserer Leistungskontrolle Oh, kein Grund zur Beunrufung Der Test ist äußerst positiv ausgefallen Heißt das, es gibt keine fünf? Doch, eine, leider Oh, Biljana, wann wirst du endlich begreifen, dass ein Sechzehntel weniger ist als nachgehen? Das geht einfach nicht in meinen Kopf rein Ach, das glaube ich doch alles nicht, komm mal nach vorne Was ist das? Eine Käsetorte Eine Käsetorte So ist es Und in wie viele Teile ist diese Käsetorte zerteilt? Eins, zwei, drei, vier, acht Nun sind wir ja hier in der Klasse mehr als acht Nehmen wir mal an, wir wären 16 Was müsstest du machen, damit jeder von uns ein gleich großes Stück bekommt? Die Stücke teilen Na bitte, geht doch So, dann leg mal los Stopp Und wie nennt man nun diese beiden kleinen Teile? Sechzehntel Jawoll, jetzt hat sie es, die richtige Antwort lautet also Ein Achtel ist gleich zwei Sechzehntel Und damit sich das jetzt richtig gut einprägt Zerteilst du alle restlichen Achtel in Sechzehntel und verteilst sie in der Klasse Frag mal nach Ja, Entschuldigung, was gibt's? Haben sie die Torte wirklich nur für Billy mitgebracht? Ja sicher, was dachtest du denn? Na, vielleicht deswegen Hallo Hallo Was machst du denn hier? Ich hab dir doch gesagt, dass der Probenraum besetzt ist Aber ich störe doch gar nicht Natürlich störst du Und wenn ich mit Kopfhörern übe, dann hörst du doch gar nichts Würdest du jetzt bitte wieder gehen? Warum denn? Wir können doch beide zusammen hier arbeiten Ich will das aber nicht Was ist denn daran so schlimm? Pass auf, ich trag dir jetzt den Keyboard hoch in dein Zimmer Und dann kannst du richtig schön laut üben Aber nur wenn du mir versprichst, dass du mein Lied morgen anhast Ja, ja Achtung, Fabian kommt Alles klar Was ist denn hier los? Ihr wisst doch genau, dass es verboten ist, dass... Augenblick Verena, Entschuldigung, darf ich mal den Ball haben? Bitte hier, tut uns leid, aber Verena wollte mir einfach nicht glauben Dass ich sie mit einem ganz einfachen Trick austribbeln kann Ja, und hat's geklappt? Wenn sie nicht gekommen wären, dann bestimmt Überhaupt nicht Ist dir eigentlich, dass so ein Ballwurf nach physikalischen Gesetzen funktioniert? Nicht wirklich, können Sie uns das mal zeigen? Kein Problem Also, erstens, Einfallswinkel ist gleich Ausfallswinkel Das heißt, ihr müsst einen Punkt genau über dem Korb fixieren Und zweitens steht die Flugbahn des Balles direkt in Relation zum Kraftaufwand beim Abwurf Achtung! Ah, was ist denn hier los? Ihr wisst doch ganz genau, dass es verboten ist Oh, pardon, Herr Kollege Ich hoffe, ich störe nicht den Fototermin Unverschämt Hi Tessa, Entschuldigung Pünktlichkeit scheint nicht deiner Stärke zu sein Es tut mir leid, aber ich muss noch was aus dem Weg räumen. Danke für die Einladung. War nicht ganz einfach, deinen Hexen-Nase zu entschlüsseln. Hübsch sieht es so aus. Danke. Könntest du dich vielleicht richtig in den Sessel setzen? Warum? Kommen deine Warzen besser zur Geltung? Hast du es so recht? Darf ich mal? Vorsicht. Was ist denn? Es ist verboten, Hexen-Nase zu berühren. Das weißt du doch. Ah, und was passiert, wenn man es dann doch macht? Dann wird man verzaubert. In einen Raben? Nein, und wird für 100 Jahre zu Stein. Bleibt genau so. Dann kriege ich aber eine Genickstarre. Nicht bewegen. Und welches von den drei nehmen wir nun? Irgendwie bringen die es alle nicht. Heißt das, du willst nur von fünf Frauen empfangen? Keine Ahnung, aber auf so einem Titelbild, da soll doch ein ganzer Lehrer zu sehen sein. Und warum hast du es nicht vorher gesagt? Weil es mir vorher nicht eingefallen ist. Aber ich finde, Schuhe hat recht. Den idealen Lehrer kennt man nicht allein am Gesicht. Sondern? Na ja, zum Beispiel an den Klamotten, Körperhaltung, was weiß ich. Okay, Ende der Diskussion. Wir machen von allen ein Ganzkörperfoto und entscheiden dann. Mit wem vom Garn? Am besten mit demjenigen, der als Erster reinkommt. Beeil dich, mein Hals wird schon ganz steif. Noch zehn Sekunden. Oh, das hast du vor fünf Minuten auch schon gesagt. Ja, aber jetzt bin ich wirklich gleich fertig. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und Schluss. Puh, ganz schön heiß hier drunter. Willst du ein Taschentuch? Danke. Kann ich es mir mal angucken? Ungern. Warum denn nicht? Ja, weil ich noch nicht fertig bin. Soll das heißen, dass ich nochmal wiederkomme? Eigentlich schaffe ich den Rest auch alleine. Soll ich gehen? Nein, so war das nicht gemeint. Hey, sieht ja toll aus. Findest du? Ja, nur die Nase sollte ein bisschen größer sein. Vorsicht. Du weißt doch, wenn man die Nase einer Hexe berührt, dann wird man für ewig zu Stein. Seit wann gilt das auch für gezeichnete Hexen? Seit eben. Ich würde dich übrigens gerne mal einladen. Und wohin? Lass dich überraschen. Könnte ich deine Maske noch ein bisschen hier behalten? Bitte, bitte. Ich gehe dann mal. Aber wir sehen uns nochmal, ja? Spätestens zur Überraschung. Hallo, habt ihr Herrn Versucki? Warum schön sehen? Ähm, nein. Aber wir haben sie eben gerade als idealen Lehrer ausgewählt. Ach, na sowas. Ja, ich fühle mich hochgeehrt. Aber dann sagt mal, wollt ihr mich wirklich mit dem Kuchenstück im Mund aufs Titelbad bringen? Nein, dafür wollen wir sie nochmal neu aufnehmen. Und zwar ganz. Ah, ihr meint, soll ich dich von Hacke zu Nacke? Ja, wenn sie mich mal bitte dahin stellen. Ha, Moment. Moment. Wenn schon. Denn schon. So. Ihr könnt. Und jetzt gucken Sie mal so, wie Sie sich eine ideale Lehrerin vorstellen. Danke. Ich würde gerne mal Mäuschen spielen, wenn die beiden sich treffen. Ich auch. Achtung, da ist unsere Julia. Wetten, gleich kommt Romeo? Na klar, mit Sicherheitsabstand, dass keinem was auffällt. Pass auf. Drei, zwei, eins. Was ist mit euch los? Gibt's was zum Feiern? Nee, nur, dass wir recht hatten. Gut, wobei. Tja, manchmal gibt es Tage, da jagt das eine Rätsel das andere. Du wolltest mir auch nicht sagen, was Sache ist. Ist dir noch ein Platz frei? Setz dich doch. Danke. Was wird denn, was, wenn es fertig ist? Wer die längste Schlange hat, gewinnt. Wenn du willst, kannst du mitmachen. Okay. Ja, ich werde Apfelkönig. Abwarten. Erstmal messen. Hallihallo, mein Lied ist fertig. Mist. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Pass bloß auf, dass da keine Keime reinkommen. Genau, meine Mutter hatte meine Kundin und die hat sich an der Nähnadel gestochen. Und dann kam sie mit einer Blutvergiftung ins Krankenhaus. Sven hat recht. Du musst zu Frau Seifert. Na ja, es ist schon in Ordnung. Es ist gar nicht so schlimm. Doch, sicher ist sicher. Komm schon. Also an deiner Stelle würde ich da hingehen. Sieht aus, als hättest du eine heiße Konkurrentin. Aber das stört dich ja überhaupt nicht. Verdammt, schon wieder falsch. Hallo, Herr Fasulke. Wie geht's Ihnen denn? Danke für die Nachfrage. Bleiben wir vorbei. Ich hab's eilig. Da würde ich an Ihrer Stelle jetzt nicht reingehen. Wieso nicht? Herr Dr. Stolberg führt ein wichtiges Telefonat und möchte dabei nicht gestört werden. Ah, verstehe. Und du hast gleich einen Termin bei Ihnen? Ja, ganz genau. Wenn Sie wollen, kann ich ja die Post für Sie mit reinnehmen. Ja, gute Idee. Hier. Das mache ich doch gerne. Schönen Tag noch. Ihnen auch. Beeil dich bitte. Noch so eine Aktion überlebe ich nicht. Ja, ich tue ja, was ich kann. Bist du ganz sicher, dass Wölkchen schon hier war? Hier liegt nichts mehr zum Unterschreiben. Ey, wenn der dich erwischt, dann fliegst du von der Schule. Ja, wenn, dann fliegen wir. Und jetzt raus. Stört das dich nicht, wie Sophie sich am Valentin ran macht? Ist doch seine Sache, wenn er sich das gefallen lässt. Na, ich würde ausrasten, wenn ich in jemandem verknallt wäre und... Ich bin nicht verknallt. Wirklich nicht. Nein. Na, so wie du aufgesprungen bist, als Valentin sich in den Finger geschnitten hat, da hätte ich meine Maßreise dagegen gewettet. Oh, ich bin nicht aufgesprungen. Darf ich mal lachen? Willst du deine Haare so über Nacht lassen? Was dagegen? Das machst du dann nur für Valentin. Oh, bitte, Charlie. Können wir nicht über was anderes reden? Ich weiß gar nicht, was du dagegen hast. Ich finde, er passt super zusammen. Wirklich? Ja. Sei doch mal ehrlich. Er gefällt dir doch. Ja, natürlich ist er nett. Äh, es heißt doch noch lange nicht... Oh mein Gott! Was ist denn so schlimm daran, dass du dich endlich mal verliebt hast? Was heißt denn da endlich? Du musst es ja wissen. Na, bisher war doch noch nichts, oder? Na, an deiner Stelle würde ich es ihm einfach sagen. Oder soll ich? Untersteh dich. Das mache ich schon selbst, wenn es soweit ist. Na, hoffentlich ist es da nicht zu spät. Du hast ja gesehen. Die Soffis schlafen nicht. Oh, verdammt, der hat mir gerade noch gefehlt. Auf wen wartest du, wenn ich fragen darf? Äh, auf sie. Auf mich? Ihr? Ja, Sie vertreten doch Herrn Dr. Stolberg heute. Ja, und? Na ja, in unserer Klasse sind zwei Stühle kaputt gegangen. Ach, das ist ja eine interessante Information. Aber ich glaube, das ist eher ein Fall für Herrn Pasulke. Darf ich? Äh, aber Herr Pasulke wollte, dass ich... Dass Sie sich die vorher nochmal ansehen. Also schön, weißt du was? Ich geh da jetzt rein und du bringst die kaputten Stühle vorbei. Äh, ja natürlich. Wie Sie wollen. Ja, was willst du denn noch von mir? Äh, ich wollte fragen, ob ich die Stühle wirklich hierher bringen soll. Ja, und ich bitte dich jetzt, die Tür hinter dir zuzumachen. Danke. Felix, was machst du denn hier? Und nächstes Mal bei Schloss Einstein? Geht's deinen Finger besser? Meinen Finger? Zeig mal her. Da kümmere ich mich schon drum. Was hast du denn damit zu tun? Ich habe Valentin doch erschreckt. Das war total genial. Alles ist alles in. Ach, Leute, keine Panik. Ich check die Lage wieder kämpfen, denn die Tarnik. Alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kicks von morgen. Das war die Kicks von allen. Untertitelung des ZDF, 2020